Worum handelt es sich bei dem ominösen Geheimnis der neuen Insel aus Jurassic World Rebirth? Das ist eine der vielen Fragen, die uns die von Universal offiziell veröffentlichte Plot-Synopsis irgendwie hinterlassen hat. Man kann sich darauf nicht wirklich einen Reih machen, es sei denn, man schnappt sich einfach einen der neuen Leaks und guckt mal, ob das Ganze so hinhauen könnte. In diesem Video hier besprechen wir jetzt einen Leak, der behauptet herausgefunden zu haben, was das im Plot selbst beschriebene Geheimnis der neuen Insel ist und was genau das mit dem neuen Spinosaurus-Design zu tun hat. Ihr wisst, wie das Ganze mit den Leaks abläuft, die können in Schwarze treffen, kann aber auch sein, dass das Ganze kompletter Schwachsinn ist. Das heißt, geht hier auf eigene Gefahr mit rein, eine minimale Spoiler-Warnung und ja, legen wir los. Die Plot-Synopsis zu Jurassic World Rebirth wird äußerst kontrovers aufgenommen. Nicht einfach nur deswegen, weil sie scheinbar alles, was Jurassic World aufgebaut hat, irgendwie zunichte macht. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Jurassic World Filme lang das Thema gehabt, wie bekommen wir Dinosaurier aufs Festland. In Jurassic World Dominion wurde die Nummer dann mehr oder weniger auch dann verwendet und Jurassic World Rebirth kommt jetzt einfach daher und sagt, Nee, nee, alle Saurier auf dem Festland sind wieder tot, aufgrund dessen, dass sie mit unserem Ökosystem nicht klarkommen und jetzt sind die auf irgendwelche Inseln verfrachtet worden, auf sogenannte Biotope oder Biosphären, wo sie dann eben, naja, ihr Leben weiterführen können. Die Kritik kann man definitiv anbringen, aber seien wir mal ehrlich, sogar Jurassic World Dominion hat diesen Schritt zurück schon gemacht, nämlich, naja, wir sind hier halt ins Biosyn Valley zurückgegangen, anstatt auf eine Insel, aber im Endeffekt wieder in ein isoliertes Biotop, das dann auch sehr tropisch ausgesehen hat. Ja, das ist auf jeden Fall die grobe Plot-Synopsis zu Jurassic World Rebirth. Wir hatten die gesamte Beschreibung schon mal ausführlich in einem Video besprochen gehabt, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Da kannst du das gerne nachholen. Wir sprechen jetzt aber hier über einen ganz wichtigen Teil dieser Plot-Synopsis, nämlich über den letzten Teil, in welchem beschrieben ist, dass unsere Protagonisten, zu denen auch Scarlett Johansons Figur und die von Donelson Bailey gehören, auf der neuen Insel scheinbar ein jahrelang gehütetes Geheimnis entdecken. Und die Frage, was kann das für ein Geheimnis sein und wie hängt das mit dem gesamten Rest zusammen? Der Leak, von dem ich euch eben gerade erzählt habe, der klingt relativ plausibel, wird aber, und das kann ich jetzt schon mal sagen, wenn das Ganze genauso eintreffen sollte, ultra kontrovers aufgenommen werden. Ich bin auf eure Meinung dann am Ende des Videos gespannt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Wir sprechen da jetzt einfach mal drüber. Und zwar behauptet dieser Leak ebenfalls, dass es sich hierbei um einen Film handelt, der das Thema Virus ein bisschen mehr behandeln soll. Das hatten wir in der offiziellen Plot-Synopsis noch nicht bestätigt bekommen. Aber es soll wohl darum gehen, dass der Grund, warum unsere Helden ein Medikament für die Menschheit besorgen sollen und deswegen erst auf diese Insel reisen, dass der Grund dafür der ist, dass die Dinosaurier mit unserem Ökosystem nicht klarkommen, daraufhin körpereigene Viren weiterentwickelt haben, die konnten dann mutieren und sind auf den Menschen übergesprungen. Aus diesem Grund haben wir jetzt quasi eine Pandemie auf der gesamten Welt, welche Dinosaurier niedergerafft hat und nun auch auf den Menschen überschlägt. Das würde vom Konzept her natürlich Sinn machen und würde sich auch mit einem der allerersten Leaks decken, die wir bereits bekommen hatten. Und dieser allererste Leak von damals, wenn ihr euch da noch dran erinnert, der hatte mit nahezu allem einfach recht gehabt, was wir jetzt hier in der Plot-Synopsis gelesen haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die ganze Nummer mit dem Virus auch wirklich ins Schwarze trifft. Des Weiteren haben wir erfahren, dass unsere Helden drei der größten auf dieser Insel lebenden Kreaturen ausfindig machen müssen, um deren Gene für ein Medikament zu benutzen. Quasi um ihnen DNS abzuzapfen, wahrscheinlich in Form von Blut oder einfach bestimmten Hautteilen. Und diese Gene sollen dafür da sein, um ein Medikament zu beschaffen. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich ein Medikament gegen einen Virus. Da haben mir einige von euch auch geschrieben, ja, Tobi, das Ganze klingt aber sehr nach Videospiellogik, weil warum müssen es gerade die drei größten Kreaturen auf dieser Insel sein? Jetzt kommen wir zum Kontroversen-Part der ganzen Nummer. Ebenfalls haben wir vor einiger Zeit schon mal das Gerücht auflackern lassen, dass wir im neuen Jurassic World Rebirth Film einen Spinosaurus sehen werden. Nicht denselben Spinosaurus wie den in Jurassic Park 3, auch nicht mal dasselbe Design des Spinosaurus aus Jurassic Park 3, sondern ein Spinosaurus, der wesentlich akkurater nach einigen wissenschaftlichen Theorien rüberkommt. Seltsamerweise ist dann, kurz nachdem diese Theorie die Runde gemacht hat, auch plötzlich ein neues Spinosaurus-Modell im Jurassic World Spiel Jurassic World Alive aufgetaucht. Hier konnten wir den Dinosaurier, den Spinosaurus Egypticus, zuallererst nur als Endbus besiegen und dann im Laufe der Zeit konnte man das Tier tatsächlich sogar auch selber in seine Gruppe an kämpfenden Dinos mit aufnehmen. Das soll also laut diesem Leak hier wirklich das neue Spinosaurus-Modell sein. Wenn wir hier mal ganz genau drauf achten, so behauptet der Leak, dann können wir feststellen, dass dieses neue Spinosaurus-Design vor allem sehr alt wirkt. Also das Tier wirkt alt, er wirkt müde, er wirkt sehr, sehr langsam, sehr, sehr gemächlich. Als hätten wir hier wirklich eine uralte Kreatur vor uns, die schon tausende von Jahre alt wäre. Und ja, im Endeffekt sagt der Leak genau das. Das Geheimnis der Insel und der Grund, warum die drei größten Dinosaurier auf dieser Insel gefunden werden müssen, was übrigens, ihr habt recht, nicht zu wenig Fleischfresser sein können, das können auch Pflanzenfresser sein, Aber der Grund dafür soll der sein, dass drei Dinosaurier es geschafft haben, sich im Ökosystem derart anzupassen, dass sie immun gegen diesen Virus geworden sind, der anscheinend die Welt nach und nach niederrafft. Diese Immunität sollen sie bekommen haben, da Injun bereits bei allerersten Forschungen damit begonnen hat, die Tiere so zu konstruieren, das sollte der Lysin-Plan selber nicht funktionieren. Noch ein zweiterer, nennen wir es einfach mal Not aus, im Hinterhalt existiert hat. Nämlich eine Art von Krankheit, die alle Saurier niederraffen sollte, sollten sie es irgendwie schaffen, auf der gesamten Welt verbreitet zu werden. Was ja dann auch in Jurassic World passiert ist. Das heißt, diese Krankheit ist tatsächlich etwas Geplantes. Ob von Injun oder eben Masrani. Hier wird jetzt von Injun gesprochen, das macht für mich noch nicht so wirklich Sinn. Aber auf jeden Fall haben wir bereits auch geleakte Setfotos bekommen, die uns irgendwie so unterirdische Labore zeigt. Da soll dieses Virus dann auch erschaffen worden sein. Drei der auf der neuen Insel lebenden, hier ist auch wirklich von neuer Insel geschrieben, der auf der neuen Insel lebenden Dinosaurier, sollen es allerdings geschafft haben, sich dem anzupassen, ihr eigenes Genom so zu verändern, dass dieser Virus, der dafür da ist, auf Dinosaurier zuzugreifen, die genmanipuliert sind, dass der eben hier nicht mehr angreift. Und wie macht man das? Naja, die Saurier haben angefangen, ihr Genom, welches modifiziert war, selbstständig zu einem 100% reinen Genom umzuformen. Noch dazu soll auch der Wachstumsbeschleuniger hier eine Rolle spielen. Denn der sorgte ja ursprünglich dafür, dass die Saurier nach gerade mal drei Jahren komplett ausgewachsen sind. Was im Endeffekt aber auch bedeuten würde, dass die Saurier sehr viel schneller altern müssten, als, naja, im Regelfall. Das soll jetzt hier ebenfalls wieder mit reinspielen. Der Spinosaurus soll also nur einer von drei akkuraten neuen Dinosauriern sein, die ihr Genom komplett weiterentwickelt oder eben angepasst haben. Das Tier wird hier außerdem beschrieben als eine mächtige Kreatur, die auch viel größer ist als der Original Spinosaurus, aufgrund des Alters. Durch den Wachstumsbeschleuniger altern diese Tiere nämlich auch wesentlich schneller und das soll sich gerade beim Spinosaurus bemerkbar machen. Angeblich soll der übrigens auch in diesen Tempelanlagen, in diesen Tempelruinen leben. Da haben wir auch schon Setfotos gesehen, wo wir uns noch gedacht haben, okay, da kann man scheinbar reinlaufen. Das ist laut diesem Leak hier der Ort, an dem wir den Spinosaurus das allererste Mal zu Gesicht bekommen. Jetzt wird's richtig kontrovers. Beschrieben wird die Szene, in der wir den Spinosaurus sehen sollen, als eine Art Smoke-Szene. Wer von euch der Hobbit gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Der Spinosaurus soll quasi in einer wesentlich größeren Variante langsam und behäbig aus dieser Höhle herauskriechen und unsere Protagonisten müssen feststellen, dass diese Tiere nun mit dem 100%igen Genom und dem Wachstumsbeschleuniger ebenfalls eine körperliche Mutation mitgemacht haben und deswegen um einiges größer geworden sind. Damit geht das Ganze jetzt hier zu Ende. Das behauptet dieser Leak. Meine Meinung dazu ist, zum Teil macht das irgendwo Sinn. Wie gesagt, die gesamte Nummer mit dem Virus, ich gehe davon aus, das stimmt auch so, das macht halt wirklich total Sinn, dass da irgendwie ein Grund ist, warum wir ein Medikament brauchen, was die ganze Welt ja irgendwie beeinflusst. Sollte ein Spinosaurus drin vorkommen und wirklich diese akkurate Variante, finde ich auch die Idee hier plausibel, dass der Spinosaurus sich einfach angepasst hat, damit er diesen Virus eben, naja, dass er nicht mehr so anfällig dafür ist. Zwei Sachen hierbei stören mich aber. Es macht für mich keinen Sinn, dass Injun das bereits alles in die Wege geleitet hat. Das käme mir dann doch ein bisschen zu sehr aus dem Nichts, weil erstens, warum wurde das wirklich niemals angesprochen? Ich meine, es gab ja noch Menschen, die bei Injun gearbeitet haben. Dr. Henry Wood zum Beispiel, der hätte das eigentlich auch schon in Jurassic World Dominion wissen müssen, wenn das so wäre. Hat Masrani diesen Virus eingepflanzt? Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, weil der hat nicht so weit gedacht, denke ich mal. Diese Virus-Theorie macht für mich am meisten Sinn, wenn man eben einfach sagt, nee, nee, die Saurier haben das tatsächlich für sich selbst entwickelt, also ein körpereigener Virus, der dann eben durch Mutationen auf den Menschen übertragbar war. Das gibt es auch in unserer echten Welt, in der realen Natur. Da macht das am meisten Sinn. Und jetzt nicht wieder irgendwie, dass man in Jahre zurückgucken muss und das war alles geplant. Sowas will ich irgendwie nicht sehen. Noch dazu auch der Spinosaurus, wie er beschrieben wurde. Diese pompöse Größe und eine Art von Smog-Szene. Davon kann man halten, was man will, aber das macht für mich filmisch auch nicht wirklich Sinn. Ich meine, die Saurier hatten Wachstumsbeschleuniger? Ja, definitiv. Aber das hatten sie alle. Das heißt, hätten nicht alle Dinosaurier dann quasi so groß werden müssen? Aus diesem Grund bin ich hier noch vorsichtig. Ich glaube, ein, zwei Happen davon, was wir jetzt hier gehört haben, könnten in Schwarze treffen. Virus, Binosaurus, Mutationen, Anpassungen, das ergibt alles Sinn. Aber dann so ein paar Sachen wurden da möglicherweise doch einfach dazu gedichtet. Wenn nicht einfach alles komplett aus dem Brillartenverstand eines Zuschauers, eines Jurassic-Fans entstand. Das werden wir dann spätestens möglicherweise mit dem allerersten Trailer feststellen können. Jetzt wirst du immer gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was sagst du? Wenn dieser Leak stimmen sollte, würdest du sagen, okay, ist interessant, ist mal was anderes, was Frisches? Würdest du dich total nerven? Schreibt mir deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.